IPAM ist eine Bürgerbewegung und wurde im Juli 2011 ins Leben gerufen, nach dem Verlust unserer Staatshochheit im Mai 2010. IPAM steht für die unilaterale Stornierung der Staatsschulden gemäß dem internationalen Recht, Annullierung aller mit der Troika geschlossenen Verträge, Austritt aus der EU und der Eurozone, Verstaatlichung der Nationalbank Griechenlands, Prozess und Bestrafung deren, die verantwortlich für die Bankrot und die neue deutsche Besatzung Griechenlands sind und letztlich neue Verfassung. Ich heiße Thanasis Lascaratos und bin Kandidat mit IPAM zur Europawahl. Diese Wahl ist die allerwichtigste seit der Gründung der EU.